Jo Leute, was geht's? Heute habe ich ein Gameplay mit der AK-74 für euch. Ein sehr, sehr geiles Gameplay. Ich habe hier das Visier, ich würde euch aber auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das Visier schon habt. Nehmt dieses Kepler Mikroflex, da bin ich gerade noch dabei, das zu erspielen. Dann hier die Mündung, langer Lauf, Unterlauf, Magazin, Griff, Leichterschaft und Schnellfeuer. Und um die 8 Aufsätze zu bekommen, müsst ihr natürlich den Revolverhalten hier reintun. Sonst benutze ich einfach nur irgendeine Pistole, einfach schnell gemacht. Ich habe die Gegner auf jeden Fall schon gut auseinandergenommen auf, ich weiß gar nicht, wie ich in MyPist's gut, aber ich will gar nicht so viel reden. Lasst schon mal ein Like da, bevor ihr das Video gesehen habt, so ist es richtig, richtig und wichtig. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ah, wo wolltest du hin? Hab dich, Verräter! Wir sind jetzt in Führung! Ich habe doch gehört hinter mir. Einfach rein. Ich gebe mir die Drohne am besten so schnell, wie es geht. Ich mag das gar nicht ohne Drohne immer. Und da, die da oben in so einem Head glitscht, schön. Mal über hier unten. Ach du Kacke, mein Aim. Erstmal die normale Drohne. Drohne vor Ort. Wir sehen alles. Oh, hinter mir. Nicht ein zweites Mal, Bro. Wir gehen wieder hier unten lang. Ziel markiert. Er will nicht sterben, oder? Hat der vor? Feindlicher Schadenschütze ausgeschaltet. Ach so, klar, Bro. Kommando, fordere Konterdrohne eingangs an. Konterdrohne raus. Geben wir das Sturmpaket. Okay, das Training ist vorbei. Und die normale Drohne auch wieder raus. Versuch, deiner uns zu lenken. Können wir mal ganz, ganz aufhalten. Oh, naja, geht wieder weg. Oh, no. Schön, meiner. Ja. Über mir. Welcher? Mein Gott. Au, das ist hier raus. Mein Gott, ich renne einfach in die Reine. Ich bin so blöd. Ich sehe es sogar. Und die staken sich da. Ich sehe sogar auf der Map, wie die sich da alle rumstaken. Und laufe sogar noch in die Reine. Hat der Typ Ghost, oder warum wird er nicht gelive-pingt? Ich raune erstmal direkt nochmal eine Konterdrohne. Danach. Ich muss unbedingt mal die Splittergranate setzen. Unbedingt, wirklich. Ich sehe sogar wegen meinem Harp, aber... Ja, und wir haben ja die nächste Konterdrohne raus. Ja, du nervst mich am meisten hier. Und die Drohne raus. Nach der Drohne muss ich unbedingt meine Splittergranate setzen. Oh, da habe ich aber einen Goal. Die Typen sind ja alle am Spawn. Hier hinten kämen. Oh, hier ist noch ein Paket von mir. Hunger, genau so. Ja. Oh. über mir der typ nervt mich auch ein bisschen müssen eigentlich jetzt alle hier das ist ja eklig nochmal ihr sturm paket 37 7 die wurden schon gut auseinander genommen hier in der runde headglitch da oben ist ehrenlos sage ich euch ehrlich die staken sich mal auf einmal und holen dann ein aber sieg 39 8 4 8 8 hkd also diese typen wurden schon ordentlich auseinander genommen für mehr gameplays wir gucken uns noch mal den besten spielzug natürlich von jan der war ziemlich am anfang glaube ich mehr geile gameplays und alles lasst gerne like und abo da ist nicht die glocke zu aktivieren dann würde ich sagen habt noch einen schönen tag wann auch immer ihr das video guckt und haut rein bis zum nächsten mal ciao